Achtung! Warnmitteilung über Rentenbescheid24.net. Fake News, Fake Seite, bitte nicht drauf gehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich bin gerade hier auf Sardinien und habe über meinen technischen Support erfahren, dass im Internet sich eine Internetseite rumtreibt, die heißt Rentenbescheid24.net. Bitte nicht auf diese Seite gehen, sie sieht unsere Seite, Rentenbescheid24.de. Täuschend ähnlich. Auf dieser Seite, wenn Sie auf das Impressum gehen, erscheint eine Adresse in Prag. Die haben wir schon gegoogelt, die gibt es dort so nicht. Dann werden dort auf dieser Internetseite Ratgeber verkauft für 16,80 Euro zu verschiedenen, sehr, sehr vielen Themen, die sich zum Teil auch mit dem Thema Rente überschneiden, aber sehr häufig nichts mit uns zu tun haben, mit Gesundheit, Finanzen und so weiter. Bitte geben Sie dort nicht Ihre Daten ein, denn wenn Sie dort Ihre Daten eingeben und dann auf Bestellen drücken, haben die Fake-Seitenbetreiber Ihre Kontodaten, Ihre persönlichen Daten und werden sie abziehen, meine Damen und Herren. Wir werden versuchen jetzt noch über entsprechende internationale Stellen, über die iZAN hier eine entsprechende Domänsperrung zu erreichen. Wir haben auch heute schon über Google die Fake-Seite gemeldet. Fakt ist auf jeden Fall eins, wir können das nur Ihnen sagen, bitte nicht auf diese Seite gehen, Rentenbescheid24.net. Das ist definitiv eine Fake-Seite. Bitte dort nichts eingeben, bitte keine Bestellung auslösen. Es hat nichts mit Rentenbescheid24.de zu tun. Tut mir wirklich leid, aber wenn Sie auf die Seite gehen, werden Sie sehen, dass das unserer Seite von der Aufmachung her zumindest schon täuschend ähnlich ist. Bitte gucken Sie sich genau die Inhalte an. Es hat mit Rentenbescheid24.de absolut nichts zu tun. Also, meine Damen und Herren, Hände weg von Rentenbescheid24.net. Das ist eine Fake-Seite. Ciao! Ciao!